Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde, willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Lutz und Frank Wuschmann sind heute wie üblich ihre Kommentatoren. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Partie und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball werden. Da kommt die Aufstellung, so gehen Sie in diese Partie heute. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Ganz interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Langsam wird es gefährlich, schönes Dribbling. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da ist der Treffer auf Tour Nummer 1, also in diesem Spiel. Früh setzt sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oliver Skipp. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Pass kommt nicht an. Stöger. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Ball kommt. Sie holen sich den Ball. Oh, das sah vielversprechend aus. Aju. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Das macht er gut. Die Balleroberung, exzellentes Pressing. Vielleicht jetzt. Er erwartet einen Moment. Guter Bolli-Schuss. Wichtig, dass er den abplotten kann. Er hat den Ball, wird da was draus. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt in den 16er. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Könnte was werden. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Foul, aber Vorteil. Geht erst mal weiter. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Alex Semirancu. Sean Longstar. Auf außen ist Platz. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Guter Vorstoß da jetzt. Jetzt ist die Kugel weg. Das könnte die Chance werden. Schön diesen Pass abgefangen. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Aber jetzt gibt es doch noch den Freistoß. Vorstoßvorteil abgepfiffen. Hat er nicht gut gelöst. Klar, kommt eben noch um die gelbe Karte rum. Aber noch so eine Szene. Dann wird aus der Ermahnung eine Verwarnung. Guter Einsatz, Ball ist erst mal wieder weg. 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 Und jetzt ist er nicht mehr 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 weg. Gut. Da kommt die Ecke. Hier bringen wir den Ball raus nach dieser Ecke. Das sieht gut aus. Der Torwart für den Ball jetzt. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Vielleicht der Ausgleich und so wird das nix den Helter-Torwart natürlich. Die Ecke kommt rein. Vorne jetzt die Balleroberung. Da ist die Flanke. Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Einwurf jetzt. Jetzt kommt der Wechsel. Redmond. Gut abgeblockt. So wird nix aus der Flanke. Eck in die Mitte. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power. Eine leichte Nummer. Seferovic. Alex Emirancu. Sean Longstar. Pass kommt nicht an. Gutes Drehbling jetzt. Aber er muss aufpassen. Seferovic. Da ist der Schuss. Und wieder treffen sie. Zwei Tore Führung nun also. Es läuft für sie. Da hat er sich klasse durchgesetzt. Ja, er stand unter Druck, aber kommt trotzdem zum Abschluss. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Aju. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Ball im Ausgedecke. Schauen wir doch nochmal auf das Tor von eben. Ja, kurz ausgeführt. Keine Reingabe jetzt. Das war knapp. Und jetzt werden sie wechseln. Stöger. Sean Longstar. Oder Falzer. Oder Falzer. Ist das vielleicht die Chance auf den Anschlussstreffer? Ist das vielleicht die Chance auf den Anschlussstreffer? Gibt gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da sehen wir, wie ein Dribbelstark er ist. Flanke kommt in die Mitte. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Er fängt diesen Pass ab. Sie lassen sich jetzt erstmal kommen. Macht er ihn! Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. obere Z Persön. Höre! 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 Der Beute, kein wirklich starker Freistoß. Da sehen wir den Ballverlust. So langsam wird es gefährlich. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Jetzt schießt er, da sind sie wieder, Tor, sie kommen wieder mitten rein in dieses Spiel, nur noch eins, jetzt bin ich gespannt. Wir sehen nochmal dieses Tor, da ist die Flanke und dann macht das perfekt und zwar mit ganz viel Gefühl, das traut sich nicht jeder, viele würden einfach draufhalten, das ist Esprit. Jetzt steht es hier, 2 zu 1, eine enge Kiste. Acht Minuten jetzt noch. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Alex Semirancu. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Den Zweikampf führt er sehr gut. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Seferovic. Stöger. Gutes Take-Ming. Ja, vorbei ist er. Schlusspfiff für Jörns. Damit war es das für heute. Die Gäste gehen hier also als Verlierer vom Platz. Sie müssen also eine Niederlage einstecken. Es war knapp, es war eng, es war extrem spannend. Und ich denke, sie müssen sich nicht nur ärgern über dieses Spiel. Es gab durchaus positive Ansätze. Darauf kann man aufbauen, daraus kann man lernen. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Die sind durchgef教ロ uniteen. Hier drauf bist du ganz flesh. Die sind durchgezwung. Ja, aber ich está ein Seger. Das ist nur Kinzen der Stech. Hier ist gerade hin. Mit deinem ich deeper Abendentur. Alles interprete ich dir. Y acontece immer wieder. Vielen Dank.